Willkommen zurück zu Crysis 2. Ich verstecke mich mal zum Nachladen. So, habt ihr den dahinter jetzt? Aber versteckt sich ja immer so ein Hampelmann. Der scheint hinüber zu sein, was sehr angenehm ist. Der war immer so ein Ticken problematisch. Na, dann wollen wir mal. Ich möchte eigentlich ungerne vorgehen, aber ihr macht das auch immer nicht. Dann muss ich das doch machen. Schauen wir mal in den Tarnmodus. So, sollen die doch da hinten zuerst herkommen. Unsere Jungs fangen an zu ballern, wie wild. Sollen sie machen? Dann krieg mir mal den da hinten. Das klappt auch so weit gut. Jetzt wieder nachladen. Tarnmodus Seitenwechsel. Naja, was heißt... Okay, nehmen wir den da oben noch mit. Macht ihr mit? Ist ja ganz nett, denn... Mit Kimme und Korn und Pistole ist das dann doch so ein bisschen schwer, den Mann mit den Eistapfen auszuradieren. Oh! Oh, 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 oh. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht runter. Meine Jungs machen das schon, oder? Macht ihr das schon? Falls nicht, was ist da los? Okay, da ist noch einer übrig. Und da hinten wartet auch noch jemand. Ich muss schnell zur Munitionskiste. Das werdet ihr mir bestimmt nachsehen. Das hat genau gar nichts gebracht. Ich werde hier ständig getroffen. Achso, ich bin ja gar nicht mehr getarnt. Haha. Witzig. Okay, unterstütze ich ihn hier mal, während die das da oben machen. Ach, schade. Wie gesagt, der Revolver ist jetzt nicht so das Kampfgerät, ne? So, ja. Sehr schön, schnell nachladen. Dann schauen wir mal, ob wir den da hinten nicht auch noch ausgenopft kriegen. Eigentlich müssen wir ja los. Eigentlich haben wir gar keine Zeit für solche Scharmützel. Aber wer sagt denn schon, was hier Sache ist? Und die da oben, die sehen auch ein bisschen komisch aus. Da wird uns wieder jemand von der Seite geliebt. Kosen. Da stehe ich gar nicht so drauf. Ist noch ein bisschen Munition drin? Nein, keine Munition. Wer schießt denn da ständig? Und wo sind meine Jungs? Ich dampf nochmal. Gut, da oben ist es einer, aber... Wenn die immer so vorlaufen, dann kann ich da auch nichts machen. Hier ist ganz schön. Müssen wir die da einfach gewähren. Ah, schau mal, was ich da entdeckt habe. Neben so einer Fernkampf-Scar. Wie sieht es denn mit sowas hier aus? Ich glaube, der hat es. Das wäre schon kaputt. Na gut. Und da hinten, worauf feuern wir? Wir sind ja wahrscheinlich selbst nicht so genau. Feuer einfach mal mit mit die dickste Bumme hier. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Warum immer auf mich? Immer auf den Kleinen. Was soll denn sowas? Oi, 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 oi. Verdammt mich noch mal. Was ist denn das für eine Stelle? Ganz fiese, würde ich sagen. Okay, wir können das Ding rausnehmen. Dann machen wir das einfach mal. So, schauen wir mal. Okay, den gilt es wohl kaputt zu machen. Probier das einfach mal. Darauf zu dümpeln. Ich fand es da wohl an. Okay, das, äh, zeigt irgendwie exakt gar keine Wirkung. Aber der meint ja auch immer auf mich schießen zu müssen. Das finde ich eigentlich gar nicht so nett. Schon wieder. Naja. Dann tarnen wir uns mal. Versuchen wieder zu unseren Jungs zu kommen. Drüben war noch irgendwo eine Knarre, aber hey. Okay, wer braucht schon eine Knarre, mit der man umgehen kann? Ja, das wird doch mal so gar nichts. Hallo, ich würde jetzt hier auch ganz gerne hoch. Männer! Die Energie ist schon wieder niedrig. Ach, das ist doch ein, das ist doch ein Traum. Dann hüpfe ich halt hier hoch. Habt ihr jetzt davon. Dann sprinte ich zu meinen Jungs vor. Ein bisschen Munition nachschlagen. Achso, wir sind hier schon im Feindes Land. Hatte ich gar nicht gesehen. Kontrollierter Niedergang, nennen sie sowas. Darf ich gerade mal mitmachen. Sehr schön. Okay, das ist ungünstig hier. Zieh ich ein. Ja, da wird uns ja gerade schon wieder jemand umlaufen. Jemand oder etwas, einzelne Individuen, könnte man auch sagen. Der aber nicht mehr. Also schon, ich dachte, das wäre jetzt, wäre jetzt einer von den Zeph, aber das ist er nicht. So, Munition. Munition erhalten. C4. Hätte ich auch ganz gerne. Schreiben wir uns hier alles. C4, C4, C4. Hier habt ihr noch Spaß. Aber die anderen sind schon weiter, soweit ich das weiß. Bei K1 und Hampelmann kann man vielleicht noch mitnehmen. Müsste laut Karte irgendwo. Okay. Ich wollte euch doch helfen. Achso, die haben den schon. Alles gut. Dann schaue ich gerade mal, ob es hier noch irgendwo eine Knarre gibt. Ist überall nur Munition. Ach, da vorne. Ganzes Arsenal. Sehr schön. Yay. Hier ist gut. Dann schaue ich mir gerade mal ein bisschen Ausrüstung. Alles. Alles meins. Yay. Auch schön. Was haben wir hier noch? Scharfschützengewehr oder Pistole. Ai, 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 ai. Eben als dieser Ärger hier. Da ist schon zu. Wo geht er denn rum? Ich scheine jetzt hinter mir zu sein. Naja, ganz toll. Das sagt ihr so einfach. Ihr haltet die Stellung, während ich in den Krieg ziehen muss. Das ist ein bisschen unfair. Granaten haben wir. Noch irgendwas Schönes. Noch ein bisschen mehr C4. Ist wohl voll. Kleiner Munitionsnachschlag wäre gut. Ich habe ja bedenken, ob das so gesund ist, davor zu stehen. Nicht, dass die meinen, sie müssten da mal durchbrechen. Na gut. Dann, wie gerollt, so nicht gekonnt. Machen wir uns mal auf endlich einen Kontrollpunkt. Dann kann das große Versagen ja beginnen. Ich bin hier richtig. Und auch benötigt. Da wieder viele böse Gesellen vorhanden sind. So, Zeit 2. Zum Glück, ordentlich Munitionsnachschlag. Ach. Immer auf die Kleine. Habt ihr euch so gedacht? Aber ich bin doch getan. Was wollt ihr denn? Falls es irgendwie möglich ist, würden Sie wohl meinen Milliarden-Dollar-teuren Anzug eine Weile aus der Schusslinie halten? Es wäre für alle Beteiligten von Vorteil, wenn Sie uns in einem Stück erreichen würden. Ich tue mein Bestes, um Ihnen Feuerschutz zu geben. Aber seien Sie bitte selbst auch ein bisschen vorsichtiger. Und ohne melodramatisch wirken zu wollen, beobachten Sie den Himmel. Jaja. Ich hätte jetzt gerne den Rückweg angetreten, um Scharfschützengewehr mitzunehmen. Aber das wird uns leider verboten. Insofern müssten wir versuchen, irgendwie da... Halt, nochmal gucken. Da kommen schon die Hampelmänner. Können wir versuchen... Wir versuchen, die so irgendwie ein bisschen zu perforieren. Okay, machen wir das doch anders. Ei, 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 ei. Schon wieder in der... Ach. Das ist mir so ein bisschen blöd. Ach. Ja, ich glaube, das wird genau gar nichts. Der hat aber böse Clown. Leute, 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 Leute. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe hier. Und geht in Frieden sterben. Aber das haben die gar nicht vor. Ich sprint hier mal schnell in die Ecke. Panzermodus an. Okay, die ist... Offenbar alle gewesen. So, der hat's... Ach, der nicht. Ach, Kinder, Kinder, ist das aufregend hier. Na, endlich. Boah, Mann. Dann wollte ich das mit dem Greifen manchmal auch nicht, weil dann schon ein Millimeter wieder zu weit war. Und jetzt haben wir exakt gar keine Munition, abgesehen von so ein paar Verlorenen. Das scheinen aber auch schon alle gewesen zu sein. Na, wunderbar. Hatt ich's schon gesagt. Na, wunderbar. Dann wird aktiviert. Wie geht's so die Krumme? Ja, also es mit den taktischen Optionen ist so eine Sache, wenn... Na, wenn man keine Zeit hat, sich sowas zu überlegen, sollen schon gleich die fiesen Gesellen herpreschen. Ich hätte auch eine Granate hinwerfen sollen oder vor allem auch können. Und sowas haben wir auch noch. Zumindest jetzt. Schauen wir mal nach, wo die nächsten sind. Es gibt da zumindest wieder welche. Und davon nicht zu knapp. Wir brauchen dringend eine andere Knarre. Irgendwas, was ein bisschen... ein bisschen länger... ...hägelt. Was ist hier denn eigentlich gar nichts? Oder wie ist das? Nach so einem... ...Jaw-Ding brauchen wir auch nicht. Ach, lalala. Das war aber schon wieder vollkommen bescheuert. Wir müssten auch dringend mehr im Nahkampf erledigen. Das hilft einfach nichts, wenn wir es mit so vielen Gegnern zu tun haben. Wir müssten es schaffen, uns hinter die zu schleichen. Und dann einen nach dem anderen ausranieren. Das wäre so mein Traum. Aber es klappt wahrscheinlich nicht, weil die sich ja auch immer... ...absichern, indem sie diese komischen... ...ja, was auch immer sie da machen. Auf jeden Fall machen sie das, was sie da machen. Und das, was ich jetzt gerade mache, ist wahrscheinlich extrem blöd. Ich mache es aber trotzdem. Schau, die laufen da nämlich alle rum. Soweit ich das gesehen habe. Abgesehen von dem. Okay, der kommt wieder. Ich warte einfach mal kurz, abwas passieren. Den da hinten können wir uns schnappen. Oder den hier vorne. Aber der guckt leider zu uns. Ein bisschen ungünstig. Und uns geht langsam die Energie aus. Also wir müssen uns schon entscheiden. Was wir machen wollen. Also der Hampelmann da hinten wird dann... ...hier angerannt kommen. Insofern wäre es vielleicht gar keine schlechte Idee. Eine Granate da hinzuschmeißen. Ganz schnell wieder tarnen. Irgendwo anders hinrennen. Na, schon wieder freie Taste gedrückt. Mann, no. Jetzt lasst mich in Ruhe, verdammt. Ich will heute nicht sterben. Und ich werde nicht. Und ich mag nicht. Und ich bin euch sowieso droht. Puh, wir leben noch. Aber auch nur gerade so eben. Äh. Shit, 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 shit. So, schnell wieder weg. Das klappt natürlich eher so mäßig. Hier rum. Hoffen, dass der nicht mehr da ist. Der böse Mann. Klappt soweit. Sehr schön. Dann bereiten wir hier mal einen kleinen... ...Hinterhalt vor. Richtig gemein. Wo kommen sie denn eigentlich raus? Da ganz hinten. Das haben sie jetzt auch geschnallt. Haben sie doch, oder? Das mit dem Fass war auf jeden Fall eine tolle Idee. Nur die Ausführungen, da könnte man vielleicht ein bisschen dran feilen. Na, kommt schon, Jungs. Ihr wisst doch, wo ich bin. Da kommen sie. Na, komm mal. Das klappt nie. Ach, der ist jetzt in uns. Quasi gestorben. Klebt hier an der Decke. So. Sehr schön. Dann haben wir noch einen. Jetzt Energie auftanken. Ich mag Hinterhalte. Aber nur, wenn es meine eigenen sind. Sonst finde ich sie auch relativ doof. So. Wo ist das? Hallo, Dreh. Nachladen müssten wir mal. Aber wir haben kaum noch Munition. Dann gehe ich den anderen mal suchen. Ich brauche jetzt den Tarnfeld noch auf. Tarnfeld aktiviert. Da ist er ja. Der wird herkommen. Okay. Dann müssten wir ihn vielleicht mit so ein, zwei... Na, Traktposition alle. Boah. Lass mich kurz. Irgendwie Edward mit den Scheren hin. Mann, 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 Mann. Ich habe immer Angst, das mit dem Greifen zu versuchen. Weil das bei mir sicherlich schief gehen würde. Da habt ihr auch hoffentlich nachsehen. Und was wir noch nachsehen müssen und werden und können, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020